Hallo, wir sind in der Prinz-Ferdinand-Halle in Krefeld und heute ist Kinder-Battisado. Das bedeutet, die Kinder bekommen ihre ersten Gürtel und die sind schon ganz aufgeregt, die müssen gleich gegen die Lehrer spielen und bekommen auch einen Capoeira-Namen heute, einen Spitznamen und wir freuen uns auf einen schönen Tag mit den Kindern. Die Kinder werden gleich getaubt und bekommen auch den ersten Gürtel von Capoeira, wir benutzen Korde und bekommen auch das Zertifikat von Capoeira. Ich werde einen kleinen Prüfung machen mit unserem Meister, mit unserem Capoeira-Meister. Und er macht auch einen kleinen Workshop, die lernt noch weiß von Capoeira. Ja, deswegen werden wir auch viel Spaß haben. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Vielen Dank. Vielen Dank.